Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Nach diesem Lehrstück in Demokratie muss ich Ihnen sagen, ich habe schon erlebt, dass wir 40 Milliarden € Haushalte durchgewunken haben, aber hier geht es um wichtigere Sachen. Herr Kollege Abg. Kaufmann, Sie haben sich auch bei dem trockenen Thema des Haushalts an der Frage des Frauenbildes in der AfD abgearbeitet. Ich kann Ihnen nur raten, einmal unsere Alice Weidel, Joana Cotar oder Marianne Harder-Küdel zu treffen. Sie würden Ihr Bild sofort revidieren. Von uns wird heute eine Stellungnahme, sogar eine Zustimmung zu drei großen Themen verlangt. Da wir dazu eigene Ideen entwickelt haben, werden wir den Vorlagen nicht zustimmen können. Bei allem Respekt vor der Diskussion hier im Landtag müssen wir anerkennen, dass eine von der Regierung vollkommen unabhängige, von ihren nicht zu beeinflussenden Entwicklungen viel entscheidender wird für unsere Zukunft als die Diskussion über die Verteilung der Mittel zwischen den Kommunen, Land und Bund. Wir haben es eben erlebt, wie wichtig die Frage der Impfungen ist. Es ist die Frage, wie schnell wirksame und nebenwirkungsarme Impfstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden. Die damit einhergehenden Entscheidungen haben wir weitgehend an die Kommission der Europäischen Union abgegeben. Diese hat sich nun wirklich nicht kompetent gezeigt und mit Ruhm bekleckert. Wir werden uns sicher in Zukunft mit dem Problem beschäftigen müssen, ob diese Kommission mit anderen Fragen besser aufgestellt ist, wenn es z.B. darum geht, in eigener Verantwortung Billionen von Euro als Kredite aufzunehmen und in eigener Herrlichkeit an die EU-Länder zu verteilen. In Italien stürzt angesichts der Aufgabe, Corona-Hilfen in Höhe von 209 Milliarden € vernünftig zu investieren die Regierung. So hat sich Frau von der Leyen das sicher nicht vorgestellt. Im letzten Haushaltsausschuss habe ich eine Äußerung des Abg. Weiß von der SPD so verstanden, dass er sich ärgerte, weil es ihm irgendwie so vorkäme, als ob die verschiedenen Fraktionen die Anträge der jeweils anderen Fraktionen fast zwanghaft ablehnten, vielleicht ohne sie überhaupt gelesen, sich jedenfalls nicht eingehend mit ihnen beschäftigt zu haben. Ich kann verstehen, dass Sie meinen Vortrag als langweilig empfinden, aber ich höre anderen immer zu. Im Grunde ist das eine enttäuschende Feststellung, die ich aber teile. Was macht es denn für einen Sinn, die von allen anderen konkurrierenden Fraktionen mit einer großen Ernsthaftigkeit und einem immensen Zeitaufwand erarbeiteten Unterlagen ohne weitere Diskussionen immer abzulehnen? Das wurde ja eben von der SPD ebenfalls moniert. Ich erinnere mich ganz gerne an die ganz andere Atmosphäre der Information und der öffentlichen Debatte im März des Jahres 2020, als alle Fraktionen in offener Konkurrenz der Ideen in die Diskussion über den besseren Weg in dieser für unser Land schicksalhaften Entwicklung infolge der Corona-Pandemie eingebunden wurden. Die Grundlagen, die Prämissen für die eingebrachten Änderungen beim Hessischen Finanzausgleichsgesetz, für die Feststellung des Haushaltsplans 2021 und für die Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2024, könnten nicht unsicherer sein. Das erkennen wir an. In mehreren Veröffentlichungen des Ministeriums ist berechtigterweise die Rede davon, dass die Haushalte in den nächsten Jahren an die geänderten Bedingungen angepasst werden müssen. Leider können wir im Haushalt noch in der Planung diese Veränderungen erkennen. Nach Darstellung der Bundesregierung zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der nun doch überraschend schnell und in ausreichender Menge zur Verfügung stehenden Impfstoffe müssen wir von der Überlegung ausgehen, dass es zu einer Normalisierung der Situation spätestens im Herbst 2021 kommen wird. Damit ist auch die Planung für das Sondervermögen bis ins Jahr 2023 zur Kompensation der pandemiebedingten Ausgaben zu aktualisieren. Unter diesen Umständen sind wir überzeugt, dass unser Konzept der Haushaltsgestaltung und Planung ohne die Einbeziehung eines Sondervermögens realistisch war und ist. Infolge der wegbrechenden Steuereinnahmen, der großen direkten und indirekten Ausgaben für die Bekämpfung der Pandemie, der immensen Einkommensverluste der Unternehmen und Bürger, der beängstigenden Entwicklungen in den Ländern, mit denen wir im Austausch stehen, kann jede Planung schnell zur Makulatur werden. Für Fehlentscheidungen haben wir keine Reserven mehr. Bei den drei hier zur Diskussion stehenden Vorlagen sehen wir eine beunruhende gemeinsame Tendenz. Die Illusion, dass es so weitergehen kann wie bisher, soll offensichtlich aufrechterhalten werden, indem man die Schulden in die jeweils höhere Ebene weitergibt. Von den Kommunen eben an das Land und vom Land an den Bund und vom Bund eben nach Brüssel. In Italien hat man das schon perfektioniert. Da reicht man die Schulden gleich weiter an Frau Lagarde, und Herr Draghi wird sicher wissen, wo er da anzurufen hat. Natürlich wünschen sich die Kommunen die Absicherung einer langfristigen Planung für ihre Einnahmen und Ausgaben. Das Land ist sich seiner Verantwortung bewusst, ist zum Teil sogar gesetzlich verpflichtet und übernimmt nullenswohnens die Belastungen. Die Basis ist damit erst einmal ruhig gestellt. So bereitet man Wahlen vor, wenn man an der Regierung bleiben will. In der letzten Sitzung des Finanzausgleichsgesetzes warf uns der Kollege Martin von den GRÜNEN vor, Kitas, Kindergärten und Schulen schließen zu wollen. Wir müssen uns hier einiges anhören. Ein Beispiel dafür, dass man uns nicht mit der gebührenden Sorgfalt zuhört. Ausgaben für Schulen, für vorschulische Bildung und Betreuung der Kinder würden meine Fraktion im Gegenteil noch nicht einmal unter den von uns kritisierten konsumtiven Ausgaben des Sozialbereichs subsumieren. Wer dies tut, sollte sein Verständnis für Investitionen überdenken. Die Mechanik der automatischen Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs an die Einnahmeentwicklung war bisher nachhaltig und grundsolide. Der KFA verteilte nur das, was es zu verteilen gab. Die Entkoppelung des KFAs von der realen Einnahmeentwicklung des Landes und damit von der Realität der wirtschaftlichen Entwicklung gibt es nicht umsonst, auch nicht für die Kommunen. An der Kreditaufnahme des Landes im Rahmen des Sondervermögens werden auch die nächsten Generationen zu tragen haben. Die Tilgungslasten werden den finanziellen Handlungsspielraum künftiger Landesregierungen stark einschränken. Was dies in Zukunft für die Möglichkeiten des Landes bedeuten wird, finanzschwache Kommunen zu unterstützen, mag sich jeder selbst überlegen. Wir können jeden Tag in den Medien mitverfolgen, wie die ideologischen Fehlentscheidungen der letzten zehn Jahre Stück für Stück die Steuerkraft des Landes erodieren. Man kann sich für eine grundsätzliche Ablehnung von Wachstum und für die Verkleinerung des ökologischen Fußabstrucks entscheiden. Wunderbar. Man muss dann aber folgerichtig auch die Ausgabenseite anpassen. Es ist abzusehen, dass deutsche Unternehmen in naher Zukunft international ihre Marktführerschaft in weiten Bereichen verlieren werden. Der Innovationsdruck, die Voraussetzung für den Erfolg unserer Unternehmen, schwand mit dem geldpolitischen Lockerungen der EZB, gleichzeitig überaltert unsere Gesellschaft, wird zum Bifizieren auf allen Ebenen. Während wir schrumpfen, wächst China, selbst in der Krise. Und die Grünen, die sich gedanklich bereits aufschwingen, die nächste Kanzlerin zu stellen, sind die erklärten Gegner der Automobilindustrie und weiterer Industriesparten, die uns bisher über Wasser gehalten haben. Angesichts dieser Entwicklung sollte das Land eine behutsame Anpassung der kommunalen Haushalte an die wahrscheinlich dauerhaft niedrigere Einnahmebasis anstreben. Ins Augen fassen sollte man insbesondere das Angebot mehrerer kommunaler Gesellschaften, die sich mangels Nachfrage für ihre Dienstleistungen bereits vor der Krise selbst nicht getragen haben. Wenn man sich aber schon dafür entscheidet, das System der KfAs umzustellen, so hätten wir uns gewünscht, dass die Schlüsselzuweisungen innerhalb der gesamten Finanzausgleichsmasse künftig einen weitaus größeren Anteil einnehmen. Auf Zweckbindungen wäre folglich zu verzichten, sodass die Kommunen die Mittel effektiv zur Deckung ihres Finanzbedarfs nach eigenem Ermessen einsetzen können. Hier greift auch unsere Kritik an der Beibehaltung der erhöhten Gewerbesteuerumlage. Wir wissen alle, dass Hessen die Summe der Belastungen aus Altschulden, nachhaltiges Lücke und Sondervermögen nicht wird tragen können. Nach den Wahlen der nächsten Jahre wird es zu einer Umschuldung auf den Bund kommen müssen. Wir sind dann nicht mehr weit entfernt, dass die Staatsschulden Deutschland zu erdrücken drohen. Wir können diese aber nicht bei der EZB abladen, Herr Boddenberg. Der Weg Italiens, Spaniens, Griechenlands und bald Frankreichs darf Deutschland nicht gehen, im eigenen und auch im Interesse der EU. Wenn man ein Beispiel bei Leibe kein Vorbild sucht, dann sollte man sich die Entwicklung von Japan vor Augen halten. Wir sind gerade auf demselben Weg der Zombifizierung der Wirtschaft und der Banken. Wenn die Staatsverschuldung einmal die 150-Prozent-Marke, ich weiß, ist in Deutschland noch nicht der Fall, aber es gibt ja viele andere, überschritten hart wird es schwierig, besonders mit einer schnell verkreisenden Bevölkerung. Wir müssen es also anders machen. Wir müssen die konsumtiven Ausgaben reduzieren, die für unsere Entwicklung notwendigen Investitionen absichern und die Staatsquote reduzieren, damit der private Sektor wieder auflebt und für das nötige Wachstum sorgen kann. Genau das haben wir versucht mit unseren 117 Anträgen. Der von uns vorgeschlagene Haushalt für 2021 hält die Bedingungen der Schuldenbremse wirklich ein. Der zulässige Nettokreditaufnahme ebenfalls braucht keine Zuweisungen aus einem Schattenhaushalt mit dem verräterischen Namen Hessens gute Zukunft sichern. Wir holen uns lediglich 60 Millionen Euro für Luftreinigungsanlagen, also ein ganz unschuldiges Projekt, für die Kitas und Schulen aus den Rücklagen. Und wir investieren die Einsparung gewaltig in unsere jungen Menschen. Diese müssen zahlreich sein, zahlreicher, als was abzusehen ist, und stark sein bei dem Erbe, das wir hinterlassen. Bei der Lektüre der Änderungsanträge, welche die allgemeine Finanzverwaltung Einzelplan 17 betreffen, erstand bei uns der Eindruck, dass die gestalterische Kraft der anderen Oppositionsparteien durch die Ausformulierung der eigenen Forderungen bereits weitgehend erschöpft war. Die zur Gegenfinanzierung verfassten Anträge beschränken sich wieder einmal mehrheitlich darauf, vermeintliche Reserven der Landesregierung durch globale Minderausgaben oder globale Mehreinnahmen anzuzapfen. Das ist das Leichteste, was man tun kann. Oder aber gerissene Finanzierungslücken über eine steigende Steuerbelastung der vermeintlichen Vermögenden vorzugsweise bis ins Grab zu schließen. Da sind Sie die großen Spezialisten. Die Schwierigkeit, wenn nicht gar Unmöglichkeit der Umsetzung der beiden in Rede stehenden Besteuerungsvorhaben der Linken, das heißt die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die signifikante Erhöhung der Erbschaftssteuer, wurden in diesem Hause bereits bei früheren Gelegenheiten in extenso in ihrer Absurdität dargestellt. Während die SPD das Sondervermögen von ihren Änderungsanträgen in Summe ausspart, somit diese in seinem Bestand nicht infrage stellt, wollen die Kollegen der FDP nur auf einen Teil der Zuweisungen verzichten und holen sich diesen Teil ganz bequem aus den Rücklagen. Mit der zelebrierten Ablehnung des Schattenhaushaltes scheint es da bei beiden Fraktionen gar nicht so weit her zu sein. Man ist halt leider noch nicht Teil einer Landesregierung. Der Linken kommt das Sondervermögen Hessen gute Zukunft sichern hingegen sehr zu Pass. Dass sich nun auch die CDU von der Schuldenbremse zu verabschieden droht, ist Wasser auf ihre Mühlen. Mit der Regierung im Rücken schöpft die Linke aus dem Vollen und beantragt Zuweisungen aus dem Sondervermögen in Höhe von mehr als 1,4 Milliarden Euro. Wir haben einen weit steinigeren Weg beschritten. Für die Deckung unserer Ausgabenwünsche, als auch für den Verzicht auf Zuweisungen aus dem Sondervermögen, haben wir uns im Detail mit den wichtigsten Produkten im Haushalt intensiv und kritisch auseinandergesetzt. Schauen Sie sich unsere Anträge an. Sie werden Kürzungen finden, bei denen wir lange diskutiert und es uns wirklich nicht leicht gemacht haben. Sie schätzen mich sowieso vollkommen falsch ein, Herr Scharke. Letzten Endes sollte sich das Land nur die Ausgaben erlauben, die aufgrund ihrer sozialen Auswirkungen langfristig nicht das demokratische System gefährden. Da unsere Kanzlerin auf Zeit, Frau Merkel, doch sehr zuversichtlich verkündet, dass bis Sommer 2021 jeder Deutsche, der sich impfen lassen möchte, geimpft werden kann, erwarten wir mit Spannung von unserem Finanzminister das Potenzial der Einsparungen bei den Ausgaben aus dem Sondervermögen von 12 Milliarden Euro. Es wird ab Herbst 2021 noch schwieriger als bisher, einen direkten Bezug der Maßnahmen im Haushaltsausschuss zur Corona-Pandemie darzustellen. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus